Herzlich Willkommen zurück zu Kapitän und zu die Wettergefechten. Diesmal haben wir uns die Konquer-Runde, äh, die, ne, die Republik-Runde war nicht so doll. Ich habe ja gesehen, dass es wirklich kein Frontschweiner war, aber das ist eine Möglichkeit war, wirklich an innen zu fahren, sonst hätten sie mir noch mehr Schaden reingedrückt als sonst irgendwas, aber es hat leider auch wirklich nichts geholfen. Aber die, die Kufis-Runde haben wir schön gewonnen, finde ich nicht schlecht. So, diesmal Runde Steiningrad und gleich instillend gleich eine Runde gefunden. Schöpfe. Ich hätte dir mehr von der Republik gerne gezeigt. Zum Glück habe ich jetzt hier der Fall, der Dings im Modul eingebaut. Diesmal, diesmal haben wir Richthofen in unserem Team. Ich weiß nicht, ich mag, wie gesagt, ich mag diese Ipil-Zentor überhaupt gar nicht. Ich verstehe auch nicht, warum diese Modus auch hier zusätzlich eingefügt haben. Ich hoffe, wir würden jetzt nochmal, unsere CV geht das irgendwie besser hin. Ich will lieber hier gar nicht hin, aber in der Ecke fahren, dann bin ich wenigstens von einer Seite geschützt. Oh, wo das ist? Oh, wo das ist? Oh, wo das ist? Jetzt kommen nur anständig nur... Ich gucke jetzt ein Engelfall auf die Seite oder was haben sie eben vor? Der hell... Was ist das, was die da machen? Was ist das, was die da machen? Ich tue da fast nur ein Engelfall. Natürlich. Was ist denn da zu? Zum Glück hat er auf mich geschossen. Schade. Ich glaube, wie meine Potion erst besitzen würde ich mir nicht verraten. Oh, shit. Ähm... Die haben mich noch erwischt über den Berg noch. Ist klar. Ah... 13k... Yo. Eine Drecksmobile hat meine Zitterwicht. Yo. Ich glaube sie ist jetzt noch nicht mal. Das ist beschissen. Naja, ich glaube, das ist genau beschissen. Nice. Das war's für heute. Da ist noch ein Wiesel. nicht dran ich verstecke mich in der Insel das Problem ist die blöde Haaland alter ich bin jetzt an den Zettel gedrückt ich bin jetzt an den Zettel gedrückt ja ich bin jetzt an dein Hintergeschütz kannst du nicht benutzen weil er schießt genau an Insel rein 10.000 Kelle ich verstehe auch nicht warum die Shima zum Männchen fährt ich verstehe es nicht warum kommt natürlich eine Das war's für heute. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Den haben wir nicht gehört. reingebauten. Entschuldigung, jetzt zieht er Geduld. Wir müssen langsam anfangen zu pushen, sonst ist die Runde gleich verloren. Oh, das ist ja nötig. Ich weiß auch nicht, warum die nicht da pushen. Die haben ja nicht so verdammte Simulance. Ich muss irgendwie die Mitte blockieren. Ah, die Mitte wird eingenommen, das ist gut. 5 Treffer und 5 Overpens. Ich jetzt. 5 Overpens. 5 Overpens. 5 Overpens. 5 Overpens. 5 Overpens. 6 Overpens. 5 Overpens. Deswegen finde ich die Sterne ihn auch richtig gut. Was? Eine Seite wird dann eine Zito und das nicht. Dann schicken wir gleich eine Linse. Dann kommen wir da an die Person hin wieder dran. Da komme ich nicht mehr dran. Oh, schön. Nein, wir sind noch hin. Gehen Bock noch. Das bricht. Oh, okay. Was? Wer war das denn? Der hat jetzt an die Zito gedrückt. Sag nicht die blöde Yamato. Echt die blöde Yamato. Oh. Ah! Das Schiff! die haben immer noch die blöde handelten noch schüt 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 Was ist das? Das könnte richtig schweineklapp werden. Shit, der tritt mir jetzt schon weg. Ich kann ja wieder zurückschießen. Warte, hey. Ich kann ja wieder zurückschießen. Warte, hey. Ja, das war komplett aus meinem Range. Komplett. Komplett. Oh, shoot. Komplett. Komplett. Wird ich noch abgeworfen. Boah. Hey, 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 hey. Hui. Hält euch wieder. Das ist ja richtig am Limit schon wieder hier. Ja. 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 So. Ja. Ja. Pro Sekunde. Wir haben unsere CV ja auch noch. Das war eigentlich eine verdammt geile Runde. Was? Schon Rang 10? Okay, ihre Mikro haben wir gewonnen. Ich werde nur geschafft. Alter Schwede. Wer hat mir die bitte selbst so viel eine Kellerei gegeben? Die Yamato hat mir so eine Tiki gegeben. Und die Matena. Die blöde Arschmutter hat mir echt in der eine Tiki gedrückt. Die haben echt gut gespielt, die kann ich nicht mehr loben. Schade. Aber ihr wisst ihr, ihr war dabei. 14 Dill gemacht. Auch bisschen rumgeballert. Das war echt hammergeil und es war, boah. Aber ich denke mal, das war jetzt mal unsere Aufnahme Session für heute. Es rede ich nun schon spät. Und gleich Rang 10. Noice. Ich habe echt die Runde gewonnen. Ich habe fast gar nichts gemacht. Leute. Ich habe nur auf die Fresse gekriegt. Nur mit HE-Bischuss. Borgonia. Okay. Die Borgonia hat mir 11k. Wenn man sieht, alles nur mit HE. Mit 10 hat mir wieder etwas gedrückt. Aber wenn man sieht, alles nur mit HE. HE hat mir mehr damage gedrückt, wie AP-Tise. Also, das ist richtig heftig. Meine Güte. Jetzt mal die Republik. Jetzt mal muss ich den einen aufstatten. Hupala. Dann kommen wir auf eine Reichweite auf. Ich habe ja das mal im Modul nicht eingebaut, das für die Reichweite. Deswegen. Insgesamt war er am Anfang 4 Niederlang und am Anfang richtig geil, dann kam die 4 Niederlang und dann wird es wieder richtig gut. Äh, da bin ich leider gestorben. Aber die Wusch hat hier 4 Kids gemacht. Wenn ich die blöde 4 Overpants nicht gemacht hätte. Alter Schwede. Fäule, Batterie, nur 17.000 Scheine. Ich hätte da lieber eine Zitadelle oder vernichten Schlag lieber da gesehen. Das wäre viel angenehmer. Aber naja. Wie gesagt, das war jetzt mal Off-Now Session für heute. 12 Runden gespielt, war ein paar Doppelfrong dabei. Mal gucken, ich mache so einen Wechsel immer. Ich denke mal, wenn ihr das seht, ähm, ich wechsle mal so, mal gucken, wie eine Meile voll oder sonst irgendwas. Ich habe Wochenende auch schon ein neues Projekt, wie wir bald auch anfangen. Wenn ihr das seht, äh, bin ich schon dabei. Mal gucken, wie es das wird. Mal gucken. Wir sagen, wenn ich euch noch schönen Tag noch, schönen Abend. Und bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschüssi. Wenn mich noch angenehm hat.